Musik Hallo, mein Name ist Larissa Tremmel. Ich mache bei der Firma Leonard Weiß eine Ausbildung zur Bauzeichnerin. Aufgrund der Vorgaben aus der Planung der Bauherrschaft erstelle ich Pläne zur Umsetzung unterschiedlichster Bauwerke. Hierfür verwende ich spezielle Hard- und Software. Im Arbeitsalltag arbeite ich zeitweise, alleine oder auch im Team. Musik Bei der Arbeitsvorbereitung und beim Ausarbeiten von Sondervorschlägen unterstütze ich den Bauleiter durch das Erstellen von Details-Skizzen und Massenberechnungen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.